Was ist ein Intervallesser? Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Ihr Lieben, ich wurde von einer Patientin gefragt, was ein Intervallesser ist. Das heißt, an der Stelle möchte ich euch einmal erklären, was dahinter steckt. Für die, die mich nicht kennen, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistente mit Kassenzulassung und eigener Praxis und versuche euch, die echten Patientenfälle, die mir so im Alltag begegnen, aufzuklären und letztendlich auch die wichtigen Dinge dazu zu sagen, wie ich das sehe. So ihr Lieben, also zurück. Ich hatte einen Patienten in der Beratung, war erst auch kürzlich und der hatte die Situation, dass er sich Intervallesser nannte. Leute, ich habe erstmal überlegt, was ist das? Schreibt mir mal in die Kommentare, ihr Lieben, was ihr hier überhaupt über Intervallesser denkt. Übrigens hat es nichts mit dem Intervallfasten zu tun, sondern was ist ein Intervallesser? Es ist so, ich kannte den Begriff schon, weil man das, ja, ich weiß gar nicht, wie mir das mal über den Weg gelaufen ist, wahrscheinlich in der Fortbildung. Es ist am Ende jemand, der zum Beispiel eine Mahlzeit hat. Wenn ihr jetzt ein warmes Essen macht, zum Beispiel Hühnerfrikassee, dann ist der Intervallesser der, der das über einen längeren Zeitraum isst. Das heißt, häufig werde ich gefragt, gesunde Mischkost, darf das so sein? Darf ich dann überhaupt immer das Gleiche essen? Ich sehe das auch immer wieder in den Ernährungsprotokollen, dann schreiben die Leute rein, wir essen morgens Brötchen oder Müsli oder Brot und das in Dauerschleife, ich sage mal Brot mit Käse oder Brot mit Wurst oder in Dauerschleife den Quark oder Shake oder Joghurt. Das ist ein sogenannter Intervallesser, weil zu einem gewissen Intervallzeitraum essen wir immer das Gleiche zu der Mahlzeit zum Beispiel oder auch im Laufe des Tages. Das ist per se nicht schlecht, weil wir ja der Natur nachgehen, was tut uns gut. Da habe ich in der Regel immer gute Erfahrungen gemacht, wenn man nach dem eigenen Bauchgefühl geht. Und der Intervallesser zeigt sich daran, dass er nach einem Intervall irgendwann sagt, nee Leute, also jetzt in der Frickassee, nee, nun mag ich nicht mehr. Das heißt, dann muss plötzlich auch eine andere Mahlzeit her und dann wird sie geändert. Ihr Lieben, wer sich da alles wiedererkennt, schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Ich bin auch ein Intervallesser und esse in der Regel mehrfach hintereinander gerne das Gleiche. Aber manchmal sind es drei Tage, manchmal sind es fünf Tage und manchmal sage ich nach zwei Tagen, nee Leute, also nun schon gut. Aber es gibt immer wieder Sachen, die wiederkommen und sich wiederholen und dann kommen wir in diesen Intervallesser. Ihr Lieben, ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen wieder dazugelernt. Habt einen schönen Tag und ganz lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen.